Hallo und herzlich willkommen hier auf dem PLW Review Kanal. Heute haben wir wieder ein Video über die Pioniere, die Sturmpioniere für euch. Und wir haben ja schon ein Video mit dem Philipp gehabt, da ging es um die späten Sturmtruppen und heute wollen wir euch mal die frühere Variante zeigen. Wir befinden uns nämlich ziemlich genau im Dezember 1915. Ganz kurz nochmal ausgeholt, zuvor wurden zwei Pionierkompanien der preußischen Armee herausgezogen und diese hat man dann versucht in neuen Taktiken zu unterweisen. Da war es noch die Sturmabteilung Kalshoff, dann wurde es später zur Armeeabteilung Gede. Und jetzt haben wir hier schon die Sturmabteilung unter Willi Rohr. Und wir sehen hier, dass hier ein paar Veränderungen stattgefunden haben. Und zwar fange ich mal ganz oben an. Wir haben hier den Lederhelm ohne Spitze. Diese Spitze hat man abgeschraubt im Feld, denn wenn man im Graben rumgelaufen ist, hat man sich natürlich ein bisschen zur Zielscheibe gemacht. Weil wenn ihr euch vorstellt, hat quasi die Spitze rausgeguckt und die Soldaten haben sich im Graben bewegt. Und das war natürlich sehr auffällig. Das heißt, der Gegner wusste genau, wo man sich befindet. Ebenfalls sind die Regimentsnummern abgemacht worden. Natürlich auch, um den Feind zu verwirren, damit er nicht weiß, welches Regiment ihm jetzt gegenüberliegt. Das ist ja auch ein bisschen sehr auffällig sonst. Hier sehr interessant, wir sehen hier den Feldrock im Landsturmschnitt der Pioniere. Erstmal Feldrock im Landsturmschnitt sehen wir hier natürlich zum einen, dass die Knöpfe freiliegen. Wir haben hier die rote Paspelierung. Und ganz interessant, die Waffenfarbe der Pioniere hier ist hier in der Paspelierung in schwarz zu sehen. Und sowohl auch am Kragen in schwarz zu sehen. Und natürlich die schwedischen Aufschläge, die Känzeln zeichnen halt auch den Feldrock im Landsturmschnitt. Das Kriegsministerium hat hier ein bisschen was verbumbeitelt, denn der Soldat trägt, wie 1915 schon angeordnet, die einheitlichen Schulterklappen. Er hat aber noch nicht die Einheitsbluse an. Das Kriegsministerium kommt hier einfach scheinbar nicht hinterher, sondern hat erstmal die Schulterklappen ausgeliefert. Die sind ja einfacher zu beschaffen. Und dann, später dann, würde er dann die Einheitsbluse auch bekommen. Interessante Sache ist natürlich hier diese weiße Armbinde, die euch sicherlich schon aufgefallen sein wird. Die hat man mehreren Einheiten gegeben, aber auch unter anderem den Sturmtruppen. Wenn diese sich vorne im Gefechtsfeld bewegt haben und Sturmangriffe gemacht haben, einfach, dass sie für die eigenen Truppen zu erkennen sind. Hier sehen wir den Leibriemen, bereits geschwärzt, wie verordnet. Dann haben wir hier das Koppelschloss, geprägt aus Stahlblech. Und interessant natürlich, hier ist hier natürlich für Pioniere die Drahtschere, um Drahtverhaue oder ähnliches durchzuschneiden. Dann haben wir auf der Seite hier die Stielhandgranate 15. Auch interessant, mit einem 5,5 Sekunden Zünder, also ein bisschen mehr Zeit. Und der Soldat trägt eine Pistole 08. Und die hat er nicht im Holster stecken, sondern einfach wirklich griffbereit, so wie es für die Sturmtruppen dann auch üblich war. Oder teilweise wurden die auch in den Taschen getragen, teilweise hatten sie auch Holster. Aber der Soldat hier hat sie wirklich im Leibriemen stecken, damit er sie schnell greifen kann. So, dann machen wir mal auf dem Rücken weiter. Der Sturmtruppler trägt hier das Sturmgepäck. Das hat man getragen, auch tatsächlich, wenn Sturmangriffe vorgetragen wurden. Später dann haben die Soldaten tatsächlich sich noch leichter gemacht, haben das Sturmgepäck abgelegt und sind wirklich nur mit Pistolen und Handgranaten und Gewehren so in den Kampf gerannt, mit der Munition in den Taschen zum Beispiel. Und hier sehen wir aber noch das klassische Sturmgepäck. Das heißt, wir haben hier eine Mantelrolle, wir haben das Kochgeschirr und wir haben hier die Patronentaschen hier auch mit festgezurrt. Das ist jetzt hier rein exemplarisch. Also das heißt, normalerweise würde der Soldat ja auch mit dem Gewehr kämpfen. Wir wollten euch einfach mal zeigen, wie das aussieht. Aber der Soldat trägt natürlich jetzt hier eine Pistole für den Nahkampf. Auf dem Rücken trägt er den großen Pioniersparten, denn wir erinnern uns, die ersten Sturmtruppler wurden wirklich aus zwei Pionierkompanien gebildet. Hier trägt der Soldat die Gasmaskentasche. Da befinden sich zwei Filter drin und ein Behälter für eine Gasmaske. Und darunter trägt er natürlich den Brotbeutel. So, hier trägt der Soldat auch die steingraue Hose mit roter Paspulierung. Und sehr interessant, wie wir es bei dem späten Sturmtruppler schon gesehen haben. Das wurde also, wie gesagt, hier schon sehr früh gemacht. Hier diese Lederverstärkungen, denn diese Sturmtruppler haben sich auch viel auf dem Boden bewegen müssen, um halt Drahtverhaue durchzuschneiden. Und generell einfach, um auch die Knie zu schonen, hat man halt das noch als Verstärkung herangenäht. Und das kennt ihr natürlich auch schon. Das sind die Schnürschuhe mit den Wickelgamaschen. Und die hat man natürlich auch schon sehr früh im Feld getragen, weil sie natürlich vor allem für die Sturmtruppler, die sich sehr schnell im Gelände bewegen mussten, auch durch unwegsameres Gelände, war das natürlich schon fast überlebenswichtig. An der Seite sehen wir hier das Seitengewehr 84-98. Das ist deutlich kürzer als die anderen, denn man hat es den Sturmpionieren unter anderem gegeben, weil es einfach kürzer war und halt nicht so viel behindert hat. Auch den Spaten, den ihr hier seht, den haben wir jetzt mal mehr zur Vollständigkeit rangemacht. Eigentlich ist der auch da sehr oft nicht getragen worden, weil er halt ebenfalls sehr behindert ist beim Rennen. Genau, und noch interessant, was wir hier noch haben, ist die Kompanietrottel. Und das kann wir hier ganz genau sagen. Das ist nämlich die erste Kompanie, denn die Sturmabteilung Rohr wurde aus zwei Kompanien zusammengesetzt, nämlich aus der ersten und zweiten Pionierkompanie. Und genau, ja, den Soldaten, wie ihr ihn hier seht, den können wir zeitlich sehr genau verordnen, denn so wie er hier aussieht, ist er auch am Hartmannsweilerkopf eingesetzt worden, nämlich im Dezember 1915. Dort befand sich nämlich in den Vogesen, der sogenannte Hartmannsweilerkopf, wie eben erwähnt. Es war ein riesiger Berg und der diente sowohl für die Franzosen als auch für die Deutschen als guter Aussichtspunkt über die Front. Deswegen war er sehr hart umkämpft, und dort haben wir wirklich sehr schwere Kämpfe stattgefunden. Und man hat die Einheit von Willi Rohr eingesetzt, um Durchbrüche zu erzielen, was ihnen dann auch im Dezember 1915 gelungen ist. Und das hat dazu beigetragen, dass die Armeeführung gesehen hat, okay, diese Einheit hat wirklich gute Erfolge erzielt, dieses Konzept wollen wir weiterverfolgen. Und Rohr wurde damit beauftragt, auch Lehrgänge im Armeekorps für Stoßtrupp-Taktiken durchzuführen. Eine weitere Veränderung, die nur einen Monat später stattfinden sollte, findet hier statt. Und zwar wurden im Januar 1916 30.000 dieser Stahlhelme ausgeliefert, unter anderem an die Sturmabteilung Rohr, also vor allen Dingen auch an die 5. Armee und auch an die Teile der 6. Armee. Und diese wurden von Rohr getestet. Und aufgrund der guten Berichte, die man halt zurückgeben konnte, wurde dieser Helm dann flächendeckend im Laufe des Jahres 1916 angefangen zu verteilen. Da wurden im Jahr 1916 1,1 oder 1,2 Millionen Exemplare bereits hergestellt und dann natürlich nachträglich dann immer weiter flächendeckend eingeführt. Ja, ich hoffe, euch hat unsere Reihe über die Sturmpioniere gefallen, über die Sturmtruppen an sich auch. Und jetzt nochmal ein paar abschließende Worte in eigener Sache. Manchmal dauert das alles ein bisschen länger, weil ihr müsst verstehen, die Sachen, die ihr hier seht, die kriegt man nicht einfach so random in jedem Shop, sondern man muss schon gezielt gucken. Ein paar Bezugsquellen sind leider aufgrund der aktuellen Situation ein bisschen schwieriger zugänglich. Die Sachen sind vor allen Dingen auch sehr, sehr teuer. Gerade im Bereich Erster Weltkrieg gibt man deutlich mehr Geld aus als für zum Beispiel Zweiter Weltkrieg Reenactment. Viele Sachen werden auch maßangefertigt. Also sind, wie gesagt, dauern auch seine Zeit in der Herstellung. Ein Thema, was uns natürlich sehr interessiert, ist der Bereich KUK-Armee allgemein, aber vor allen Dingen auch die Sturmtruppen in der KUK-Armee. Da sind wir noch nie so groß drauf eingegangen, aber das Österreich-Ungarische Heer hat viel mehr auf Sturmtruppen gesetzt, weil man im Osten diese Taktiken viel, viel effektiver einsetzen konnte. Und da ist dieses Thema wirklich sehr, sehr groß, aber sehr wenig beleuchtet. Dem würden wir uns sehr gerne mal annehmen. Das dauert natürlich seine Zeit, kostet natürlich auch sehr viel Geld, weil wir da auch investieren müssten. Und wenn ihr aber Bock habt, sowas mal zu sehen, dann liked und abonniert natürlich die Videos und kommentiert die. Das ist eine große Hilfe. Aber wer wirklich Bock hat, dass wir da mehr drauf eingehen, der kann natürlich auch uns bei Patreon spenden, bei Paypal oder uns Sachen schicken. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Ja, und dann hoffen wir, dass wir da in Zukunft auch weitere tolle Videos für euch produzieren können. Und damit verabschiede ich mich, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.